und da bin ja schon wieder vielleicht zum letzten part heute mal gucken bin mir da noch nicht so ganz sicher aber wir schauen einfach mal weil die schweinchen hier sind sehr sehr wehderisch ich krieg nämlich alles aber nicht das was ich brauche wir haben uns hier den weg einmal x zurück und auch in der hoffnung dass sie noch was freundlich erfüllen ich hab das schon da zum schweinchen wieder nur rippieren hier sind auf jeden Fall Spinnen ich bin außer Reichweite und es nur die sich einfach verbrennen ich habe kein Ziel also entweder mache ich hier was falsch fünftiges Condor-Fleisch große schnauzen und fünf Portionen knuspriges Spinnenfleisch wenn sie killt kann ich anbieten gibt es würde kann ich anbieten Wärme lieber Fleisch kann ich an das anbieten wohl Exaktion Wärme imagine Ich würde ja fast behaupten, ich wäre im falschen Gebiet. Ich habe kein Ziel. Ich muss aber mal umgekehrt sehen. Ich level. Wenn wir uns das hier angucken. Wir leveln dadurch. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Oh, der Rotkamp-Knolle. Äh, Knolle. Ist da was von? Das wird doch einfach nicht besser. Vielleicht habe ich auch einfach kein Drop-Kollück gerade. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Oh, der ist so niedlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde auch einziehen. Das sind nur die Hauer. Nee, Bastard. Das gibt es ja auch. Oh, die muss mich jetzt trotzdem erstmal ausschleichen. Richtig bin ich trotzdem schonmal. Oh, 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 oh. Das werde ich nicht überleben. Aber ich weiß noch nicht, wie sie auf mich zukamen jetzt. Ich hab nur halber kurz so links geguckt. Quatsch. Oh, das ist das einzig Miese. Ich muss halt überall hinrennen. Wenn ich auf der anderen Seite der Map sterbe, ist es halt noch beschissener. Ich brauche ein Ziel. Einmal, zweimal. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Okay, wir sind wieder voll. Dann schauen wir mal. Nein. Das läuft immer noch auf. Oh Gott. Junge. Wurde eigentlich nicht wieder beschwören. Aber ich hab hier wache Parker. Grüße. Äh, so. Das hat mir ein Mittagessen geschickt. Wie? Sie hat wirklich ein gutes Herz. Na dann, mal her damit. Vielen Dank, dass ihr Essen hatte ich jetzt wirklich nötig. Seenheim gegen die Orks und Gnode zu beschützen. Und strengt gern schön an. Könnt ihr das hier ein paar Blumen von mir bringen, wenn ihr wieder zu ihr geht? Die Blumen bekommt ihr im Kräuterladen von Seenheim am westlichen Ende des Ortes. Aber wenn ihr die Blumen holt, dann sagt Marty der Kräuterkundin nicht, für wen sie bestimmt sind oder wer euch beauftragt hat, ja? Ziehe den Ehrenfreund. Jetzt haben wir hier jetzt wieder so ein arges Problem. Scheiße. Wenn ich erstmal nur ihn habe, das ist auch egal. Wie Goodbye. Ach, komm schon. Sterbe! Ich glaube nicht. Ich glaube, damit sollten wir uns auch noch Zeit lassen. Oh, wir laufen zu zweit rum. Ich muss hier leider rumlaufen. Kommt nicht klar. Spinde, 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 Spinde. Ich glaube, ich spiele alles. Das ist auch wieder Spinnensekret. Was sie wenigstens hätten einfügen können, wären die Orte, wo die Sachen zu finden sind. Das wäre so das Mindeste, was man hätte einführen können. Auch für Classic. Ich glaube, das wird nichts mit dem letzten Part. Allein, weil es mich triggert, dass ich nicht vorankomme. Ja klar, jetzt kommt das Viech auch noch an, oder wie? Okay, ich sterbe. Oh, Alter. Was ist mobbing? Was ist mobbing? Was ist mobbing? Was ist mobbing? Ich würde mich das fisch wahrscheinlich gleich wieder grüßt. Sie haben schon, dass ihr das macht. Vielleicht mal mehr schauen. Berge seid im Dimmerwald. Dann geh ich gleich einmal hier lang. Werden Dimmerwald will ich ja noch nicht. Das ist ein Bastard vom Rotkamm. Der Rotkamm-Gnohle. Wenn hier gerade einer rumlungert. Das ist zu weit entfernt. Schnapp ich ihn mir direkt. Vielleicht krieg ich ihn aber auch noch von anderen Viechern. Ah, die können wir nachgucken. Doch, die geben die Dinger. Der Kondo ist woanders, aber die Viecher geben es definitiv. Ja gut, dann kann sich das um Stunden handeln. Dann ist das Item sehr sehr selten. Ultraselten trifft es eher. Ich bin außer Reichweite. Der Zauber ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich meine, ich will mich nicht beklagen, aber... Ich muss näher ran. Der Zauber. Der Zauber. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Ich froh bin, wenn ich dann irgendwann die Viecher alle ganz easy töten kann. Ich weiß gar nicht, was ist hier, Max? 50? Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Aufer. Der hacerse oder Änderung ist noch nicht bereit. Hey, ich hab wenigstens mal zwei Items. 되지ön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018